Hallo, es geht weiter! Oh shit! Super Smash Bros Bros! Ach nee, warte mal, falsches Spiel. Smash 4. Smash für Wii U und nicht 3DS, weil die Version irgendwie gar nicht mal so toll ist. Egal. Nee, nee, ist halt echt nicht. Okay, ähm... Finsterer Pit gegen... Glurak. Ach ja, stimmt. Du hast Angst vor meinem Side-P? Ich hab Angst vor allem von dir, weil du schnell bist auf der Welt. Das Ding ist, ich sehe mich halt schon die ganze Zeit irgendwie in Glurak reinlaufen. Also, allgemein, wenn es Side-P kommen sollte. Aber dafür werde ich weggekommen, wo... Äh... Äh... Oh, schade, du kannst ja mehr vorrücken, ja gut. Nein. Äh... Du meinst den da? Oh. Ja, genau. Shit. Fuck. Fängt schon genau so an, wie ich erwarte. Ähm... Was machst du? Ich wollte den Pfeil wieder benutzen. Egal. Du hast es Gott sei Dank verpasst. Oh Mann. Ist okay. Finde ich okay. Ich bin verwundert, dass du eigentlich, was unten bei mir ist. Ja. Okay, cool. Hahaha. Okay, jetzt hab ich auch keinen Rage oder sowas Schönes. Oh. Nein! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Jetzt hab ich mich drangehungen. Das ist schon mal gut. Nein! das ist doch falsch ich weiß gar nicht was dafür krebs hat warum hab ich warum bist du nicht weiter unten auf der liste ich habe keine ahnung von seinen moves vielleicht ab und zu durch wende bekommen oder so ja das kann sein oder einfach nur um einen move zu machen und das war zeit wie ja das ist keine kunst kunst das war fast doof gewesen ja ja wirklich deswegen finde ich nur das ist mein problem mit klurak der junge fliegt nicht dafür macht jetzt okay schade ich dachte jetzt rennst du voll sexy rein aber du hast aufgehört mit den smashes rennen das finde ich gar nicht gut darum stirbst du jetzt durch smashes siehst du siehst du siehst du siehst und und gleich nein gott damit stirbt doch mein smash auch nö aber jetzt geht schaden du hast uns mal neben ich will nicht so sterben wow 17 schaden unglaublich so viel gleich dann kriegt man ja angst vor dem schaden nein da fliegt schon wieder funktioniert das überhaupt mit dem flammbuch ja okay ich möchte heute weniger ängstlich spielen ja ich muss doch hin hallo ja hi warum geht das so weit das war der obere hit ich habe dir vorhin gesagt wird die physikalische das physikalische in dem spiel ist sensationell mit vorhin meinte letzte folge glaube ich ich glaube ja oder vorletzte egal jetzt kommt die rache jetzt jetzt klug richtig in den boden ja einfach nur weil die map ich bin froh dass die map legal ist irgendwie wahrscheinlich dieser kannte also delphino natürlich ja gut weil es anscheinend wundervolles spiel ist ich glaube das ist so ziemlich die map die ich halt wirklich immer nehmen würde wenn ich mir das map ausdrücken kann außer je nachdem je nach musik halt also es sei denn ich habe auch eine netzwoche geile musik ja die musik ist so nice aber hier weil es anscheinend ist super hallo hallo das heiße was mich hat was ich am pitt und pitt nicht mag ist in seinem pfeil aber der ist viel besser ist der von glück aua aua warum nicht neiiiin neiiiin pitt sein sidebee ist voll scheiße deswegen mag ich dark bit eigentlich viel mehr wirklich sowas gilt mich ernsthaft du warst bei hundertprozentig den klurak ist mir egal es war eine kratzer 40er stärke es war schlitzer 70er stärke ja gut das kann ganz gut sein wer hat einen klurak mit kratzer ähm gute spieler stimmt da gebe ich dir nicht ja stimmt auch das ist jetzt schon so scheiße warum habe ich nach unten gedrückt die zeit hat vielleicht noch ausgereicht egal dafür stirbst du jetzt ganz dumm tschüss ja ich habe es ist der da und das ist doch der moment das muss ich testen goddamit nein hör auf jetzt konzentriert er sich jetzt sagt er nix was ich konzentrieren will nur ein drecksack du hast ganz schön geredet kannst du mal weitermachen neiiiin jetzt konzentriere ich mich auch jetzt geht es ums gewinnen so macht man das wow 69% perfekt zeit zum töten siehst du scheiße du bist ja schnell du kannst mich dafür bestrafen okay okay ich leb noch okay nein ja ich wäre ich komplett nach oben glaube ich zu dir gekommen ich glaube du hättest mich dann auch damit gepunischt ich habe das erste verloren oder hab ich es gewonnen du hast das erste verloren okay gut also dann wird es jetzt nice ja ja erst mal Smashball am und Meisterbälle genau ja was sonst holy shit ich man merkt es wirklich was mich wundert so arg dass es in diesen verdammten spiel also das klura keinen verkackten shiny skin hat verstehe ich eigentlich auch nicht Moment was was gab es noch für maps ich schau grad wir haben noch dammit ja egal ich nehme einfach Stadt und Großstadt ja ja ist ok so so schauen ob er seine tolle Omega Stage genommen hat ne ja tatsächlich nicht ui kommt jetzt was qualitativ hochwertiges schau mal ich weiß nicht ne natürlich haha ich hab nicht für die Köpfe genommen ey was na ja äh äh toll das find ich witz ey der haut halt einfach seine Angriffe raus jetzt gibts Rache weißt du was oh warum du Rack du Stinker so was wirklich ich hab glaub du gehst an die äh an die Edge nein weil ich falsch auf dem Stand wirklich was was warst du dort schon ne der spielt jetzt komplett anders als ich's gewohnt bin so boah ich hätte eigentlich schon Angst gehabt dass du mich jetzt damit killst ja ja jetzt kommt der Kill pass auf ich meinte eigentlich eher dass du mich spiken tust ja das ist auch das ist schön da hatte ich nämlich grad Angst weil ich unter dir war ja so macht man das jetzt hab ich 4% das mach ich gar nicht was war das ich hab ich weiß nicht ich hab ich kenn das irgendwie dass die Leute immer da reinlaufen das Bild in den Upsmash ja gut ich bin groß mit Glurak vielleicht aber naja weißt du ich roll wie so ein Mongo weißt du es ist der Wahnsinn oh 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 schade hättest du mich damit jetzt gekillt ne das wär voll schön gewesen aber du bist noch nicht bei genug Prozent und du brauchst auch nicht so viel oh hi nein nein nom 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 ich hab ja nicht gesmashed ja hättest du smashes den weißt du ich halt echt nicht mal nicht mal wissen ob der den Move so macht wie ich ihn auch egal oh neiiiin bleh ich bin übrigens froh dass ich vorhin die Steuerung noch umgehen das hat ansonsten hätte ich nämlich einen Jump und hätte ich sogar den Jump mit dem Stick noch gehabt das waren auch Zeiten wenn ich daran denke wo ich doch damals mit dem Stick Sprung gesprungen bin und wie lange ich dafür gebraucht hab dass ich nicht sterbe so ich kann das überhaupt nicht das ist voll ekelhaft darum kann ich aber auch keine anderen Smash Spiele spielen wenn ich da die Steuerung nicht ändern kann also Melee zum Beispiel dann kann man das ja nicht voll scheiß obwohl es gibt wahrscheinlich irgendeine Mods mit so dafür auf damit schon doch damit nicht schon wieder nein hä ich hab nicht böse ist der nicht schneller runter ha 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 er hat gesehen ich hab den Ballang kaputt gemacht jetzt hatte er Angst ich denke Ballon boom ich hab keinen Jump oh geil ha 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 scheiße perfekt so ja ok ja gut ja gut das war es mal ich bin froh dass ich ein Match gewonnen habe ja ich weiß gar nicht wer danach kommt aber ist auch egal ist für euch nicht relevant denn das seht ihr in der nächsten Folge ja am besten schaut ihr geht jetzt in die Videobeschreibung da sind Discord Server von uns beiden jeweilig richtig wenn ihr bei den jeweiligen anderen auf den Kanal guckt und da würde ich sagen das war's mit der Folge wenn es euch gefallen hat dann nach oben bei beiden wäre cool ist es ist ein schöner Zusatz und ja ich würde damit sagen das war's mit der Folge und bis zum nächsten haut da rein ciao tschüss 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 tschüss